rentenaufstand droht die fdp wird das sofortige ende der rente mit 63 ist das das ende der ampelkoalition was steckt wirklich hinter der forderung der fdp mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid 24d meine damen und herren das ganze wochenende hatten wir wirklich nur zu tun mit der frage was will denn eigentlich die fdp die fdp hat unter federführung ihres finanzministers lindners das rentenpaket 2 auf eis gelegt einfach so aus der kalten heraus haben die gesagt nee machen wir jetzt nicht mehr mit hier muss nachverhandelt werden aus ausgangspunkt war dass wohl mehrere ministerien einen höheren finanzbedarf angemeldet haben unter anderem auch das bundesministerium für arbeit und soziales vom hubertus heil der wollte wohl angeblich mehrere milliarden euro mehr an geld haben als eigentlich ursprünglich geplant und da hat der lindner wieder mal rote augen bekommen hat dann auf deutsch gesagt hier die haushaltssperre eingelegt und hat gesagt nö mit uns nicht das machen wir nicht mehr mit die rente mit 63 muss abgeschafft werden und im übrigen das ganze rentenpaket ist sowieso alles verlefanz es ist einfach zu teuer wir brauchen eine aktienrente nach schwedischem modell das muss jetzt eingeführt werden und wir müssen eine flexibilisierung in der gesetzlichen rente einführen das heißt also renten beginnen mit 63 und dann ende mit 72 und wer früher in rente geht muss eben trochende abschläge in kauf nehmen das so die ideen der ftp natürlich haben sie das mit den abschlägen nicht so gesagt aber letzten endes wäre das die folge ja meine damen und herren was steckt denn jetzt eigentlich nun dahinter kann ich ihnen sagen es ganz einfach so der ftp geht ich sag's mal salopp gesagt der arsch auf grundeis denn wir haben jetzt europa wahlen da sieht vielleicht noch ein bisschen günstiger aus für die ftp dass sie noch in das europaparlament kommt weil es dort keine fünf prozent würde gibt aber wir haben auch noch anstehende landtagswahlen in thüringen in brandenburg und in sachsen meine damen und herren und dort sind die aussichten mehr als bescheiden denn nach allen umfragen dürfte die ftp zumindest in sachsen und in thüringen nicht mehr im landtag vertreten sein das heißt also die ftp macht hier ganz klar wahlkampf sie macht wahlkampf auf kosten von millionen arbeitnehmerinnen und arbeitnehmern die im jahr 2024 25 26 27 in rente gehen wollen die machen die leute verrückt und sorgen hier für absolutes chaos meine damen und herren der bundeskanzler hat gott sei dank mal klar und deutlich gesagt dass das mit ihm nicht zu machen ist die grünen sind auch dagegen meine damen und herren das hier was die ftp machen will ist nichts anderes ein typisches bild dieser neoliberalen paladine des großkapitals die einen angriff auf die rente mit 63 staaten und auch das bürgergeld de facto abschaffen wollen es soll ja letzten endes nach dem willen der ftp auch noch ein dreijähriges sozialausgaben moratorium eingeführt werden also meine damen und herren die ftp will nur an den sozialausgaben sparen das heißt also auch an renten an krankengeld an arbeitslosengeld an allem wollen die sparen nur nicht für ihre reichen freunde die ja keine vermögenssteuern zahlen meine damen und herren ich kann nur so viel sagen als rentenberater ein absolutes no go ich sage auch ftp ist absolut nicht mehr wählbar man kann diese leute die nur an die nur auf kosten der ärmsten und der armen in deutschland hier politik betreiben wollen nicht mehr für ernst nehmen also ich nehme sie absolut nicht mehr für ernst und ich werde sie definitiv auch nicht wählen das ist im übrigen keine wahlempfehlung für sie sondern ich werde die ftp nicht mehr wählen ich habe sie noch nie gewählt schon alleine aus dem grund heraus dass sie immer wieder politik auf kosten der sozial schwachen in deutschland machen das ist unerträglich und ich finde auch dass die ftp ruhig aus der ampelregierung rausgehen kann eine ampelregierung kann bis nächstes jahr auch unter verschiedenen konstellationen weiter regieren unter anderem auch mit einer minderheitsregierung das wäre rechtlich auch möglich solange wie der bundeskanzler scholz keine vertrauensfrage im bundestag stellt kann er ja letzten endes auch weiter regieren das wäre letzten endes auch ohne die ftp möglich ich muss auch ganz ehrlich sagen es wird auch langsam zeit dass diese freien liberalen aus der regierung rausgehen denn sie sorgen immer nur für unruhe und machen einfach nur krach und ja nicht substanzielles letzten endes immer nur sozial kürzungen und steuervorteile für andere nur darum geht es der ftp meine damen und herren wenn sie auch der meinung sind dass die ftp hier zu weit geht dann daumen hoch für diesen videobeitrag ansonsten wünsche ich ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel